Jom Ha-Shoah Jom Ha-Shoah ist ein besonderer Tag im jüdischen Kalender. Der Gedenktag an über 6 Millionen ermordeter Juden und an die Helden, die gegen die Nationalsozialisten kämpften. Ein Gedenktag. Jeder Tag sollte ein Tag des Gedenkens sein. Ein Tag des Gedenkens an die Unmenschlichkeit, an das Verbrechen, an das Morden und an die Geschichten jedes einzelnen Opfers. Lasst uns diesen Gedenktag und uns Kraft geben. Kraft, sich gegen jede gesellschaftliche Ausgrenzung zu stellen. Wir dürfen nicht vergessen. Wir dürfen nicht wegsehen. Wir müssen handeln in jedem Augenblick, wenn Unrecht geschieht. Lasst uns die Kerzen entzünden. Lasst uns die Kerzen entzünden. Lasst uns die Kerzen entzünden. Wir erinnern an die Opfer der Shoah. 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 Wir erinnern an die Opfer der Shoah.